Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Babyzimmer. Das High-End-Produkt in unserem Babyzimmer-Test geht an das Möbel-Direkt-Babyzimmer. Kleiderschrank Maße K 135 x 200 x 58 cm mit drei Türen und drei Schubfächern. Hinter den linken zwei Türen ist ein großer Einlegeboden und eine Kleiderstange. Hinter der rechten Tür sind zwei Böden inklusive Hettig-Türdämpfer. Babybett-Stellmaße K 74 x 77 x 150 cm. Liegefläche 70 x 140 cm mit Schlupsprossen umbaubar zum Juniorbett. Höhenverstellbares Lattenrost. Ohne Deko und ohne Himmel. Babybett-Matratze Maße K 70 x 140 x 9 cm. Matratzenkern mehrfach gelocht. TÜV Rheinland-Zertifiziert verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau. Vermindert die CO2-Rückatmung. Jaquart-Bezug abnehmbar. Für den Umbau zum Juniorbett. Wickelkommode Maße K 90 x 93 x 75 cm inklusive Wickelaufsatz mit zwei großen Schubfächern und zwei Freifächern ohne Wickelaufsatz als normale Kommode nutzbar. Seitenregal Maße K 34 x 83 x 38 cm zur Anbringung seitlich hinter die Wickelkommode. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist das an Original Storado Babyzimmer. Luca zeitlos elegant und doch so romantisch jetzt mit verbesserter Konstruktion und Metallknüpfen. Ein Babyzimmer, das nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt. Hergestellt in Deutschland mit verantwortungsbewusst ausgewählten Materialien und jeder Menge Stauraum. Natürlich aus schadstoffgeprüften E0, 5 Spanplatten, mit ABS-Kanten und Schlupsprossen aus Buche. Das ihr Kind geschützt die ersten Jahre verbringen kann. Das riesige Set des Babyzimmers Luca besticht durch das Design, einer guten Qualität und das zu einem bestechenden Preis-Leistungsverhältnis. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Babyzimmer-Test ist das Möbel-Dich-Baby-Zimmer. Babybett Liegefläche 140 x 70 cm Höhe 74 cm, Breite 77,5 cm mit weiß lackierten, speichelfesten Schlupsprossen. Drei Schlupsprossen einseitig mittig abnehmbar. Umbaubar zum Uni-Orbet, Umbauseiten separat erhältlich. Lattenrost Zweifach höhenverstellbar, aus Buche. Wickelkommode mit drei Schubkästen und drei Fächern Wickelaufsatz mit Seitenfallschutz Wickelfläche 85 x 70 cm. Ohne Wickelaufsatz später als Kommode verwendbar. Unterbauregale separat erhältlich. Kleiderschrank zweitürig Mit zwei Türen Rechtsseitig mit vier Böden bzw. fünf Fächern Maße montiert 110 x 190,5 x 50 cm Standregal Mit vier Böden bzw. fünf Fächern Maße montiert 45 x 190 x 31,5 cm Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.